Hallo, herzlich willkommen zu Tag 2 unserer Tagung Georg Lukacs und das Theater hier im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich alle, die sich hier zugeschaltet haben über das Internet und natürlich begrüße ich ganz herzlich unser Podium hier im Brechthaus. Heute haben wir zuerst das Werkstattgespräch zur Ästhetik. Es soll also heute um die Ästhetik von Georg Lukacs gehen. Da haben wir hier Iris Dankemeyer, Kristin Böhnecke und als Moderation Daniel Pratanovic. Ich möchte in diesem Zusammenhang unserer Tagung auch noch mal besonders darauf aufmerksam machen, dass es einen Reader gibt mit Texten von Georg Lukacs zum Theater, den ich hier auch noch mal ganz kurz in die Kamera halte. Ich hoffe, das ist zu sehen. Also Georg Lukacs Texte zum Theater, das ist gewissermaßen auch die Grundlage unserer Gespräche, die wir hier im Brechthaus führen. Heute eben zur Ästhetik. Später dann, darauf kann ich gleich noch aufmerksam machen, wird es um Theatergeschichte gehen, morgen um Realismus und im Anschluss gibt es dann morgen Abend mit Publikum vor Ort noch eine Podiumsdiskussion zu Georg Lukacs heute. Das Prozedere ist nun so, dass ich gleich übergebe an Daniel Pratanovic, der uns durch die Veranstaltung führt. Wir werden ungefähr eine Stunde Zeit haben, auf dem Podium zu diskutieren und dann wird es die Möglichkeit geben, hier aus dieser Zoom-Gruppe sich dann mit Fragen und Anmerkungen auch selbst einzuschalten, sodass wir dann ins Gespräch kommen. Wir werden das versuchen, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Sie wissen ja alle, dass die Umstände das gerade leider eben so erfordern. Und genau, das genaue Prozedere wird dann Daniel noch erklären, aber es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dann in die Diskussion zu kommen. Und ja, ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, dass ihr alle da seid und übergebe an Daniel. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir wollen heute über Ästhetik sprechen, ästhetische Theorie. Was hier sozusagen im allgemeinen Begriffsverständnis abstrakt anmutet, ist schon falsche Begriffswahl, sozusagen nach den Maßgaben von Lukacs. Aber der richtige Begriff wäre in höchstem Maße allgemein. Damit sei ausgesagt, wir haben einen schwierigen Gegenstand vor uns und ich bin mal sehr gespannt, wie wir das meistern werden. Überhaupt ästhetische Theorie zu formulieren, mutet in unseren Tagen schon beinahe vermessen ansteht. Unter Ideologieverdacht überhaupt der Anspruch, bestimmte Kriterien an das Kunstschaffen anzulegen, ist gegenwärtig alles andere als en vogue. Demgegenüber steht mit dem Werk von Lukacs, über das wir wenigstens in Ansätzen sprechen wollen, die Eigenart des Ästhetischen, 1963 veröffentlicht. Doch ein wahrer Hinkelstein, an dem man sich abzuarbeiten hat. Was allerdings im Grunde genommen schlichtweg nicht passiert. Also jedenfalls nicht an Universitäten und soweit mir bekannt ist, auch nicht unter Kunstschaffenden. Warum es sich lohnen könnte, sich mit der ästhetischen Theorie von Georg Lukacs möglicherweise auch in Abgrenzung oder Vergleich zur Ästhetischen Theorie von Adorno zu beschäftigen, wollen wir heute andeuten. Mehr wird dieses Werkstattgespräch sicherlich nicht leisten können, aber immerhin hoffentlich Interesse wecken, was wir hier zu unternehmen beabsichtigen und wollen mal sehen. Also vorgesehen ist, sich zu kaprizieren auf zwei Bestandteile seiner Ästhetischen Theorie, nämlich die Besonderheit, die er eine zentrale Kategorie in der Ästhetik genannt hat, sowie die Katharsis. Ob wir das erschöpfend werden behandeln können, wird, glaube ich, das weitere Gespräch zeigen, weil, wie wir in der Vorbereitung festgestellt haben, es da auch die einen oder anderen Fallstricke gibt. Müssen wir also sehen? Jakob hatte ja schon darauf hingewiesen, dass jetzt unsererseits etwa eine Stunde diskutiert und gesprochen werden soll. Danach habt ihr als Zuschauer an den Endgeräten die Möglichkeiten zur Diskussion, zur Nachfrage, zur Kritik etc. Das, um es euch vielleicht zu erleichtern, das Wort zu ergreifen, mit dem Hinweis verbunden, dass das eben nicht aufgezeichnet wird. Daran werde ich auch noch mal erinnern, wenn die Stunde passé ist. Und um eine erste Annäherung zu erlangen an die Eigenart des Ästhetischen von Georg Lukacs, ist jetzt vorgesehen, dass Christine eine kurze, grobe Skizze gibt und wir daraufhin diskutieren werden. Also, Christine habe ich schon als diejenige vorgestellt, die eine gewisse Kenntnis besitzt. Das kann sie, glaube ich, mit Fug behaupten. Christine Bönicke studiert Philosophie und deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aber in unserem Kontext besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass sie in ihrem Lesekreis in einem Zeitraum von zwei Jahren tatsächlich die gesamte Eigenart des Ästhetischen von Lukacs durchgearbeitet hat, was mir sehr bemerkenswert erscheint. Das ist nämlich auch, naja, nicht nur dieser Band, sondern ein etwa genauso dicker Band, zweiter Band, also rund 3000 Seiten. Sie wird uns also Auskunft erteilen können und mit ihr diskutieren wird, darauf freue ich mich schon, Iris Dankemeyer, ganz zu Rechten, was sie bitte niemals politisch übersetzen sollten. Und Iris ist Philosophin, lehrt an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein und schreibt für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. 2020 veröffentlichte sie die Erotik des Ohrs, musikalische Erfahrung und Emanzipation nach Adorno. Hinzuzufügen ist vielleicht auch, dass sie in ihrer Freizeit auch eine Zauberkünstlerin ist. So, mit dieser kurzen Vorstellung und dem Hinweis, dass Christine jetzt eine kurze Einführung geben wird, sei ihr das Wort übergeben. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Zur Eigenart des Ästhetischen würde ich erstmal vorausschicken, dass Georg Lukacs sich als Marxist verstanden hat. Aber dafür muss man natürlich wissen, was er unter Marxismus eigentlich versteht. Und in Gelebtes Denken, das ist eine Autobiografie im Dialog, sagt er, dass der Marxismus für ihn nicht nur eine gesellschaftlich-ökonomische Theorie ist, neben der auch andere Dinge Platz haben, sondern eine universelle Weltanschauung. Also für Georg Lukacs ist Marxismus eine Weltanschauung und daraus ergibt sich, dass aus dieser Weltanschauung eben auch eine eigenständige marxistische Ästhetik folgen muss. Das heißt, es kann nicht mehrere Ästhetiken nebeneinander geben, die mit dem Marxismus nichts zu tun haben. Und ich glaube, mit der Eigenart hat er eigentlich probiert, dieses Projekt umzusetzen, was natürlich ein riesiges Projekt ist und was man natürlich auch nicht vollständig umsetzen kann, sondern er hat das probiert zu skizzieren. Die Eigenart ist aufgebaut, also sie hat sowohl einen historischen als auch einen systematischen Anteil und das macht es eigentlich erstmal relativ schwierig, diesen Text zu rezipieren, weil beides ineinander übergeht und er gleichzeitig probiert zu erforschen, wie das Ästhetische überhaupt entstanden ist, aus der Abgrenzung von dem religiösen und magischen, wie sich das Ästhetische daraus entwickelt hat, aber auch das Verhältnis zwischen dem Ästhetischen und dem Alltag. Aber auf der anderen Seite probiert er auch eine kategoriale Bestimmung des Ästhetischen vorzunehmen. Aber da eben beides sehr verflochten ist, in diesem Buch muss man eigentlich gucken, wo ist eigentlich eher systematischer Anteil, wo ist eher historischer Anteil. Eine der Hauptthesen von Lukacs ist, dass Kunst Widerspiegelung der Wirklichkeit ist. Also und mit diesem Begriff bringt er natürlich gleich irgendwie eine ontologische Dimension in das Gespräch. Also wenn Kunst nämlich Widerspiegelung von Wirklichkeit ist, dann müssen wir uns auch fragen, wie diese Wirklichkeit eigentlich beschaffen ist. Und je nachdem, wie man die Frage beantwortet, muss man eigentlich auch das Phänomen des Ästhetischen anders fassen. Ansonsten geht Lukacs vom Werk aus. Also er hat eine Werkästhetik vorgelegt und grenzt sich ab von irgendwie Produktions- und Rezeptionsästhetiken, weil das Werk uns eben als Objekt irgendwie gegenübersteht und deswegen auch vielleicht dasjenige ist, was man am besten erkennen kann. Gleichzeitig ist das Werk eigentlich das Zentrum zwischen dem Produzenten, der das Werk geschaffen hat, und dann dem Rezipienten. Also das Werk verbindet beide Seiten, sowohl die subjektive als auch die objektive Seite, bindet das in einem Objekt, was uns gegenübersteht. Was sonst noch sehr zentral ist, ist die Erkenntnisfunktion der Kunst. Also Kunst schafft Erkenntnis. Über das Rezipieren von Kunst können wir die Welt erkennen. Und da kommt man natürlich auch in ein Problem rein. Denn wenn man jetzt an Erkenntnis denkt, dann denkt man natürlich vor allem zuerst an die Wissenschaften. Und diese Erkenntnisfunktion der Kunst ist Lukas schon früh klar. Also auch zum Beispiel schon in seinen Aufsätzen, in der Expressionismus-Debatte in den 1930er-Jahren. Aber in der späten Ästhetik, also in der Eigenart ist es ihm daran gelegen, eigentlich diese Erkenntnisfunktion der Kunst von derjenigen der Wissenschaften abzugrenzen. Denn wenn das nicht gelingt, dann kann man verschiedene Fehler machen. Also was ja auch einige Ästhetiken nach Lukas gemacht haben. Also zum Beispiel Hegel ordnet dann eigentlich die Kunst irgendwie auch der Philosophie später unter. Weil Hegel sagt, naja, die Philosophie kann eigentlich einiges besser als die Kunst. Also gerade diese Erkenntnisfunktion kann sie besser. Gleichzeitig gibt es auch die gegenteilige Strömung, die die Ästhetik verklärt und als einziges Mittel, um irgendwas über die Welt zu erfahren, sieht und an die Wissenschaften verwirft. Und das will Lukas gerade nicht. Also Lukas möchte der Kunst ihren eigenen Platz zu weisen. Ein Beispiel dafür ist, dass er die Wissenschaft als desanthropomorphisierend beschreibt, während die Kunst anthropomorphisierend arbeitet. Aber vielleicht kommen wir auf diesen Unterschied auch nochmal in unserem weiteren Gespräch zurück. Deswegen würde ich darauf jetzt gar nicht weiter eingehen. Zum systematischen Anteil kann man vielleicht noch sagen, dass die Kategorie der Besonderheit eigentlich für ihn die Schlüsselkategorie ist der Ästhetik. Er bezeichnet sie auch als Gebietskategorie. Also als Kategorie, die eigentlich diesen ganzen Bereich des Ästhetischen absteckt. Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt. Deswegen sollten wir vielleicht erst mal erklären, was die Besonderheit überhaupt ist. Und da habe ich ein Beispiel. Die Besonderheit kennt man vielleicht aus der Philosophiegeschichte und Wissenschaft. Und sie tritt eigentlich immer auf im Verbund mit der Einzelheit und der Allgemeinheit. Und ich mache das jetzt mal in einem Beispiel fest. Ich sitze jetzt auf einem Stuhl. Und dieser Stuhl ist erst mal ein einzelner. Aber indem ich ihn benannt habe, habe ich ihn schon verallgemeinert. Weil diesen einzelnen Stuhl kann ich gar nicht benennen. Weil Stuhl ist schon immer so eine Oberkategorie. Also so funktioniert Sprache. Sonst könnten wir uns gar nicht miteinander verständigen. Und einen Stuhl kann ich aber natürlich auch wieder einordnen in eine Oberkategorie. Also zum Beispiel Sitzmöbel. Dann hätte man ein Verhältnis, dass die Sitzmöbel wären dann der Allgemeinbegriff. Die Besonderung dieses Begriffs wäre dann der Stuhl als Kategorie. Und die Einzelheit wäre dann dieser konkrete Stuhl. Und da sieht man, diese Kategorien sind vielleicht weniger abstrakt, als man denkt. Sondern sie finden sich auch in unserem Alltag. Und in der Wissenschaft ist es aber so, dass diese Besonderheit als Durchgangskategorie fungiert. Denn das Ziel der Wissenschaft ist es eigentlich immer die Einzelheit oder die Allgemeinheit zu bestimmen. Und erst in der Kunst wird die Besonderheit eigentlich zur Zentralkategorie. Also da verlässt sie dieses Durchgangsstadium und bindet Allgemeinheit und Einzelheit eigentlich in sich. Und das ist das Spezifische der ästhetischen Sphäre für Lukács. Ja, vielleicht erst mal so viel. Ja, vielen Dank. Damit hast du ja auch schon hingeführt zu einem der Aspekte, über den wir sprechen wollen. Nämlich über die Besonderheit als die zentrale Kategorie in Lukács Ästhetik. Das war jetzt in einer sehr allgemeinen Form vorgebracht, wenn gleich durch dein Beispiel erhält. Ich frage mich ja, wie konkretisiert sich, wie stellt sich da die Besonderheit in einem Kunstwerk? Oder zunächst überhaupt gefragt, ist denn das etwas, was dir nachvollziehbar erscheint, Iris, als du diese Ausführungen gelesen hast? War das für dich überzeugend, vielleicht auch mit dem Versuch, diese Maßgabe, die Lukács vorgenommen hat, auch wiederzuerkennen im künstlerischen Werk? Ja, gute Frage. Also man sieht schon, hier da drüben liegen die dicken Lukács-Bücher. Bei mir liegt das also nicht. Ich bin die Unkundigste hier unter uns. Ich habe mich tatsächlich auch sehr stark konzentriert, wirklich nur auf diese beiden Texte, die wir jetzt diskutieren. Und erst mal, also in der Einführung von Jakob Heiner wird das schon so angedeutet, das Seismografische wird eigentlich mir so ein bisschen nahegelegt, dass das mit der Ästhetik von Adorno alles sehr viel zu tun hat. Dem würde ich auch erst mal zustimmen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt das Referat von Christine bezaubernd und überzeugend fand. Und da kann man erst mal nicht so viel dagegen sagen, bis vielleicht auf die Tatsache, dass diese ontologische Dimension dieser Widerspiegelung der Wirklichkeit mir dann, glaube ich, im Folgenden dann doch etwas einseitig werden wird. Zur Besonderung, ich meine, eine Reihe der Sachen, wie du das jetzt charakterisiert hast, würde ja Adorno sozusagen teilen. Also dass der Kunst ein eigener Erkenntnischarakter zufällt, dass sie wirklich einen Wahrheitsanspruch hat. Im Prinzip auch dieses dialektische Modell eines, ich sage jetzt mal vorsichtig Dritten als Durchgangspunkt. Auch die Offenheit, also ich meine, man könnte vielleicht auch, wenn man jetzt unter der jüngeren Generation ist und nicht der Tradition zugehört, der wir uns hier vielleicht dann doch zuzählen, könnte man vielleicht auch erst mal bei den Worten Widerspiegelung der Wirklichkeit als Künstler und Künstlerin einen großen Schreck bekommen und denken, also bitte, das kann es ja wohl nicht sein. Also ich meine, das können wir vielleicht auch noch weiter, weiß ich nicht, für die unkundigere Fraktion irgendwie etwas ausführen, dass das natürlich niemals so schematisch gemeint ist, wie es irgendwie klingt. Das, glaube ich, liegt auch in dieser Kategorie des Besonderen. Gut, das Andromorphisierende, das hatten wir auch schon. Also okay, das muss ich zurückstellen, wie kommentiere ich das jetzt? Also dann erkläre ich mich erst mal mit dem bisher Gesagten für einverstanden. Vorläufe, ich würde eher den Gegenstandsbereich, glaube ich, dieser Besonderheit bestreiten, weil ich glaube, dass sie nur, also entweder man hält das sozusagen so abstrakt, halbhegelianisch, wie das jetzt mit dem Stuhlbeispiel sozusagen passiert ist, oder man hat als Gegenstandsbereich entweder einen bürgerlichen Roman oder das Theater. Also dieser Band heißt ja auch, das sind ja Schriften zum Theater. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Das, glaube ich, alles, dass Lukacs dafür super ist. Ich habe sozusagen, als jetzt stolpere ich gleich vor mit meinem Grundeinwand, größte Bedenken, dass für andere Genres, und jetzt kenne ich natürlich hier nicht das ganze dicke Ding, weiß nicht, was der Lukacs über Musik schreibt. Dieser Eisler-Aufsatz im Band ist relativ schwach, darf man vielleicht mal sagen. Also das ist einfach, und das wäre ja nicht schlimm, aber das wäre sozusagen jetzt erstmal meine grob zurückgegebene These. So weit okay, wie es sich auf Literatur und Theater bezieht. Darüber hinaus scheint mir dann doch was zu fehlen, um anderen ästhetischen Phänomenen gerecht zu werden oder anderen Genres als diesen eben genannten gerecht zu werden. Gut, du hast es angedeutet, das Theorem der Widerspiegelung scheint dir zu umfassend angewandt. Als ich mich vorbereitet habe, ist mir das auch nochmal aufgegangen, dass das wahrscheinlich für die marxistischen Rezipientinnen und Rezipienten vermutlich gar nicht weiter auffällt, weil das schon Kernbestandteil der marxistischer Theorie ist. Dann musste ich aber nochmal innehalten und dachte, ja, stimmt eigentlich. Also wenn wir reden über ästhetische Theorie, und da ist das eigentlich schon vorausgesetzt. Widerspiegelung, objektive Wirklichkeit, Erkennbarkeit der Welt und damit auch ihre Veränderbarkeit. Das ist nicht unumstritten, wie jetzt schon angedeutet worden ist, ist aber andererseits, das ist sozusagen der Widerspruch unseres Gesprächs vielleicht, die Voraussetzungen, die Lukacs einfach macht, die auch in diesen Passagen, die zur Auswahl standen, einfach immer schon mitgedacht sind. Und davon ausgehend müssen wir, glaube ich, diskutieren. Jetzt hast du angedeutet, wo du, du würdest sagen, er hat Stärken für einen gewissen ästhetischen Bereich und bei anderen scheitert er. Würdest du da mitgehen oder würdest du ihres widersprechen, Kristin? Ich hoffe, du widersprichst. Ich würde eigentlich grundsätzlich mitgehen. Also die hauptsächlichen Künste, mit denen Lukacs sich gut auskennt, sind ja auch nicht umsonst irgendwie Literatur und bildende Kunst. Er hat auch ein Kapitel zur Musik, wo er eigentlich auch viel mit dem Kathasisbegriff arbeitet und sagt irgendwie, naja, das ist auch irgendwie eigentlich eine Widerspiegelung von einem Gefühl und Gefühle sind natürlich auch nicht losgelöst von den gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern werden eben auch durch gesellschaftliche Verhältnisse irgendwie hervorgerufen und können deswegen auch typischer oder untypischer sein. Aber das ist auch nur ein relativ kurzes Kapitel in diesem großen Buch und er greift sonst auch sehr wenig auf Beispiele aus der Musik zurück. Auf der anderen Seite sagt Lukacs aber auch, ihm geht es erst mal um die Grundstruktur und er führt auch an ganz vielen Stellen, irgendwie fügt er immer ein, das muss noch ausgeführt werden. Also ich gebe nur die kategoriale Struktur, ich zeige grundsätzlich die Genese des Ästhetischen, aber für die einzelnen Künste das Bedarf einer Konkretisierung. Und deswegen wäre ich vorsichtig, das zu früh zu verwerfen, sondern ich glaube nur, dass diese Konkretisierung noch niemand versucht hat. Aber wie haben wir es denn jetzt mit dem Besonderen? Mir aus den bisherigen Ausführungen ist ja noch nicht so ganz klar oder bestenfalls angedeutet, was das ist. Mir schien ja am leichtesten, das anzuwenden zur Veranschaulichung in der Figurengestaltung des Dramas oder in der Epik. Und da beruft er sich ja jetzt, wenn gleich nicht in der Auswahlpassage, sondern in einem anderen Aufsatz, gerne auch auf Engels, der da von Typen sprach. Und nach meinem Verständnis der Lektüre ist sozusagen die Typengestaltung, die zwischen Individuum und sozusagen platte Allgemeinheit, die dieser Figur zugeschrieben wird, ist sozusagen der Typ, das gelungene Besondere gegen diese beiden Extreme. Ist das eine ungefähr richtige Charakterisierung? Ist es etwas, von dem man sagen muss, das ist genau anzustreben? Würdet ihr dazu stimmen? Dann ist es ein gelungenes Werk, ein gelungenes Drama, gelungene Epik? Oder ist es auch wieder seinerseits eine unzulässige Verallgemeinerung? Vielleicht zuerst Iris und dann Kristin. Ja, ich erinnere mich an die Stelle, die du gerade ansprichst. Die hat mir eigentlich sehr eingeleuchtet. Also er sagt ja auch, das ist sozusagen, das Besondere ist dann erst ein Punkt. Und dann sagt er, naja gut, das ist eigentlich kein Punkt, das ist so eine Art Bewegungsspielraum. Und dann sagt er, es ist auch nicht einfach ein Loch, sondern ein Anknüpfungspunkt. Und dann charakterisiert er eigentlich den Unterschied sehr schön, ob das sozusagen dieser Anknüpfungspunkt etwas näher am Allgemeinen ist, wie am Drama oder etwas näher am Besonderen, wie in der Epik. Das finde ich jetzt zum Beispiel an diesem Beispiel schon, vielleicht sage ich erst mal so viel dazu. Reicht das schon? Ja, vielleicht. Ja, also das in dem Falle, damit habe ich kein Problem. Bitte. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Vielleicht sollte man da aber auch noch mal den Unterschied zur Wissenschaft klar machen. Also die Wissenschaft arbeitet ja auch mit Typisierung, aber da gibt es meistens nur einen Typus, oder man probiert irgendwie einen Typus möglichst zu klären. Aber die ästhetische Sphäre gestaltet sich eigentlich gerade dadurch, dass es eine Pluralität von unterschiedlichen Typen gibt. Und die finden sich dann auch in unterschiedlichen Künsten, Genres etc. Also das Typische tritt da viel pluraler auf. Und das ist auch nichts, was irgendwie von der Subjektivität irgendwie vollkommen gereinigt wäre oder so. Weil in dem Typischen verbindet sich eben auch Subjektivität und Objektivität. Also Lukas sagt auch, es ist eine von der Partikularität gereinigte Subjektivität. Und verschiedene allgemeine Tendenzen können sich auch in ganz unterschiedlichen Typen ausdrücken. Also eigentlich kann man mit dem Typischen viel machen. Und das ist sehr breit. Genau, ich würde jetzt vielleicht dann doch, das bietet sich so ein bisschen an, jetzt gleich einzuwenden, genau, das finde ich für die Literatur eine gute Charakterisierung. Du hattest das jetzt eben in Schutz genommen und gesagt, okay, also sagen wir mal, die Sache im Ganzen ist, die Idee ist gut, die Konkretisierung ist noch nicht so weit in allen Bereichen. Also für das Musikkapitel hat er ja, glaube ich, auch explizit mit einem Musikwissenschaftler zusammengearbeitet, weil er sich da gar nicht kundig fühlt oder so. Das habe ich mir halt noch nicht angeguckt. Ich meine, eine Parallele zu Adorno wäre jetzt nochmal, dass natürlich aus, wenn ich das jetzt richtig, oder vielleicht ist das eine Nachfrage, verstanden habe, dass aus dieser Besonderheit ja, also damit hängt ja zusammen die selbstständige Gestalt, die das Kunstwerk tatsächlich hat oder nicht. Ja, ich habe das auch so verstanden, aber das ist sozusagen erstmal einmal die Bestimmung seiner Selbstständigkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann die Besonderheit als Typus, als Typen ist ja dann auch, wie er das sagt, eine gelungene Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit, die eben nicht einfach bloß abbildhaft ist, sondern die in einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen etwas aufzeigt und dabei aber nicht einfach nur wie Parteifigur oder Abziehmännchen ist, sondern sozusagen in all seinen Widersprüchen gezeichnet. Das scheint mir aber ein Anspruch zu sein, der gegenwärtig nicht mehr eingelöst wird. Und dann wäre zu fragen, vielleicht auch mit Adornos, ja eher skeptischer Ästhetik, kann er überhaupt noch eingelöst werden? Oder ist es nicht ein vermessener Anspruch von Lukacs oder beziehungsweise ein Anspruch, der unter Berufung auf Lukacs unter den Verhältnissen, unter den miserablen Verhältnissen der Gegenwart vermessen wäre? Vielleicht du? Da kann ich jetzt sozusagen weiter einhaken. Also dieses Modell des Typischen, das wir gerade für die Literatur besprochen haben, wäre jetzt, glaube ich, ich wüsste nicht, wie man das für die Musik jemals schaffen sollte. Das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Ich frage jetzt auch, ob das auch für andere Kunstformen, auch für die Literatur gegenwärtig noch möglich wäre. Oder man sagt, alles ist so fragmentiert oder wie auch immer, dass es gar nicht mehr geht, Totalität abzubilden oder so. Ja, ich meine, wir haben das im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet, dass wir alle drei dann in dem Sinne doch Fan sind, dass man auch gerne mal wieder den Begriff Totalität hört und daran glaubt, dass es vielleicht auch Subjekte noch gibt. Vielleicht wären sie eigentlich handlungsfähig, wenn ihre Kunst nicht immer ganz so gaga und subjektivistisch und irgendwie immersiv und whatnot wäre. Gleichzeitig muss ich dann ja schon sagen, also ich meine, dieser Anspruch des Menschen ganz, also ist es nicht doch veraltet, Christine? Du bist doch die Jüngste von uns. Du musst das, du musst das. Du kannst am besten widersprechen quasi, würde ich jetzt sagen. Nee, ich glaube, die Wirklichkeit verändert sich immer weniger, als man denkt. Also jedenfalls, wenn man den Wirklichkeitsbegriff von Lukas annimmt. Weil Wirklichkeit sind ja nicht nur irgendwie die Dinge, die man irgendwie anfassen kann oder diese ganzen fragmentierten Erscheinungen, die man wahrnimmt, sondern es geht eigentlich auch um materielle Strukturen. Und die sind immer noch vorhanden, die sind irgendwie erklärbar und es ist auch immer noch Kapitalismus wie irgendwie in den 30ern. Also warum sollte man das nicht können? Gut, aber dann stellst du dir die Frage, warum gelingt es nicht? Macht ja keiner. Jedenfalls kaum jemand. Oder wenn, dann sicherlich nicht unter Berufung auf ästhetische Theorie, weil das gerät ja dann alles ganz schnell unter Ideologieverdacht. Wie überhaupt objektive Wirklichkeit als Bestandteil eines Philosophiems ja im Grunde genommen komplett beseitigt worden scheint. Und wie kann man das noch retten? Ist es überhaupt noch zu retten? Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, wir leben immer noch im Kapitalismus, dem würde ich nicht widersprechen. Aber ganz so wie in den 30ern ist er dann nun auch nicht mehr. Also das ist vielleicht, vielleicht ist das auch ein Streitpunkt, dass man jetzt aus dieser sozusagen adornidischen Perspektive dann doch sagt, also ist das Neue, was ja eigentlich der Lukacs auch will, aber mit diesem doch komischen irgendwie Anknüpfen an die Tradition und dann finde ich auch diesen Begriffen von Menschen ganz eigentlich gruselig, sozusagen anthropologisch invariant, diese Gefühle, die dann irgendwie ausgedrückt werden sollen, die müssen schon auch an ihre Zeit irgendwie heranreichen. Und da weiß ich nicht genau, ob das diese Ästhetik dann schafft. Aber ich bin von Widerspruch begeistert. Ja, ich würde da noch mal ganz gerne kurz einhaken, also was die Menschen ganz angeht, weil ich glaube, das führt zu Missverständnissen ein bisschen, diese Terminologie, weil das ist eingebettet in Lukacs, Verständnis des Alltags. Also es gibt halt diesen ganzen Menschen, das ist eigentlich dieser Alltagsmensch. Und da ist man eigentlich nicht fokussiert auf irgendwie eine bestimmte Sache, sondern man geht über die Straße und da hört man ganz viele Geräusche. Man sieht hier links kommt ein Auto und gleichzeitig hört man Musik und denkt über irgendwas nach. Und in bestimmten Tätigkeiten, die der Mensch dann aber ausführen kann, fokussiert sich eigentlich seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise. Also zum Beispiel, wenn man ein Kunstwerk rezipiert oder wenn man ein Kunstwerk erschafft oder wenn man Wissenschaft betreibt, so als Beispiele. Und das meint er eigentlich mit diesem Menschen ganz. Also das ist ganz klar eingebettet in diese Anfangsbeschreibung des Alltags. Also so viel mehr steckt da auch gar nicht dahinter, würde ich sagen. Aber da, wo er das ausführt, vielleicht sprechen wir kurz darüber und könnten dann auch schon hinüberleiten zu seinem Verständnis von Kathasis als weitere wichtige Kategorie. Da spielt das ja auch eine Rolle. Und sozusagen diesen Passos aus der Eigenart des Ästhetischen losgelöst, erklärt noch nicht, was er damit sagen will, was du jetzt kurz ausgeführt hast, Christine. Dem ist ja noch ein ganzes Kapitel, das so bezeichnet ist, vorangestellt. Aber er sagt an einer Stelle, und jetzt mit Bezug auf die Kathasis, die Verwandlung des ganzen Menschen des Alltags in den Menschen ganz, des jeweiligen Rezeptiven eines konkreten Kunstwerks, strebt gerade in die Richtung einer solchen auf äußerste, individualisierten und zugleich allerallgemeinsten Kathasis. Das heißt, in dem Falle geht er ja von dem Momentum der Kunstrezeption aus. Und in diesem Moment findet Verwandlung statt. Also der Alltagsmensch, den ihr den ganzen Menschen nennt, wird zum Menschen ganz und löst so etwas aus wie Kathasis. Aber was meint er damit genau? Und ist das nachvollziehbar? Christine vielleicht zuerst? Ja, ich finde, der Kathasis-Begriff bei Lukacs ist eigentlich ganz, ganz schwierig, weil er fungiert, also nach meinem Verständnis, eigentlich als so eine Art Oberbegriff für Erkenntnishervorrufung durch Kunst. Aber er hat nicht so richtig einen Ort. Also die viele Kategorien bei Lukacs sind eigentlich direkte Kategorien des Werks. Dieser Kathasis-Begriff bei ihm schillert aber total. Also da ist mir auch selber noch nicht ganz klar, ist das ein Begriff des Werks? Ist das eigentlich eher ein reiner Begriff der Rezeptivität? Ich tendiere eigentlich eher zu Letzterem. Außerdem geht er auch davon aus, dass Kathasis eben auch im Alltag vorkommen kann. Also er sagt halt irgendwie, wenn es Kathasis nicht im Alltag auch geben würde, könnte das irgendwie die Kunst gar nicht hervorrufen. Das sind eigentlich alles Aspekte an dem Begriff, die mich extrem irritieren, auch gerade wenn man sich den Kathasis-Begriff bei Aristoteles näher anguckt. Also da bin ich eigentlich ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Möchtest du noch was sagen? Ja, also ich muss sagen, seit ich jetzt, ihr habt auch in diesem Band gelesen, das Marx-Zitat, wo er mit Lafargue spricht und sagt, dein Stück schillert zu sehr, es soll mehr Shakespeare-isieren. Immer wenn ich schillern höre, denke ich jetzt sozusagen an Schiller. Ich glaube, es war nicht gemeint. Also dieser Begriff changiert irgendwie zwischen Werk und Rezeption. Das finde ich jetzt persönlich an ihm ganz interessant. Also ich spreche jetzt doch auch immer ein bisschen aus der Perspektive, haben wir auch im Vorgespräch schon angedeutet, derjenigen, die an einer Kunsthochschule bildende Künstler irgendwie unterrichtet. Und da finde ich es ganz angenehm, dass er diesen Begriff so verbreitert, als ein, dass die Schaffenden doch bitte auch, also Schönberg hat das mal so gesagt, ich habe nicht an mein Publikum gedacht, aber ich habe es auch nicht vergessen, dass die sozusagen ihr Publikum nicht vergessen. Das hat ja so ein bisschen, scheint ja so eine Leitfunktion zu sein. Und ich habe jetzt den Text zum Beispiel durchaus auch so verstanden, dass er ja immerhin auch sagt, also ohne Katharsis ist sozusagen ein bisschen die letzte Stufe des Werkes tatsächlich, ohne die verwirklicht sich das Werk nicht. Ein bisschen irritierend ist vielleicht dieser Kurzschluss, dass es ja tatsächlich so etwas wie so eine Art doch moralische, das ist eine Frage an Christine, also das mit dem Menschen ganz, da hast du mir schon gut den Wind aus den Segeln genommen, vielleicht schaffst du das jetzt auch, also dass das irgendwie sozusagen zu so einer Art moralischer Läuterung dann irgendwie führen soll und nicht einfach zu bewusst sein, was mir angenehmer wäre. Es hat ja schon immer bei ihm dann so einen Zug ins Ethische oder so. Das würde mich nochmal interessieren. Ja, vielleicht erst mal so viel. Also ich würde sagen, den hat es ohne Zweifel. Das spricht er auch dezidiert aus. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das Lukas ja auch eine Ethik sozusagen als dritte Komponente seines philosophischen Spätwerks geplant hatte, die er nicht mehr vollenden konnte. Bevor ich jetzt Christine die Möglichkeit zur Antwort gebe, vielleicht auch nochmal aus pädagogischen Erwägungen mit Blick auf die Zuschauer, vielleicht nochmal eine kurze Bestimmung dessen, was Lukas zur Kathasis gibt. Er macht es an verschiedenen Stellen. Ich lese eine vor aus diesem ausgewählten Passus. Er nennt es die verallgemeinertste Form der Kathasis und schreibt ein derartiges Durchrütteln der Subjektivität des Rezeptiven, dass seine im Leben sich betätigenden Leidenschaften neue Inhalte, eine neue Richtung erhalten. Dass sie derart gereinigt zu einer seelischen Grundlage von tugendhaften Fertigkeiten werden. Das klingt tatsächlich nicht so, als könne man darüber ernsthaft 2021 sprechen. Kann man doch, Christine? Ich denke schon. Wenn man sich anguckt, wie auch der Gegenstandsbereich der Kunst abgegrenzt ist. Lukas sagt, die Kunst zeigt die Welt des Menschen. Und damit unterscheidet sie sich auch von der Wissenschaft. Weil die Wissenschaft verwandelt eigentlich das Ansicht der Welt für uns, also für den Menschen. Und damit ist die Ethik dann natürlich auch entscheidend. Also wenn man das eben auf die Welt des Menschen eingrenzt. Und er meint diese Läuterung des Menschen ja nicht unmittelbar. Und er grenzt sich auch ab gegen ästhetische Theorien, die probieren eigentlich so eine unmittelbare Wirkung mit Kunst irgendwie hervorzurufen oder das dementsprechend zu erklären. Also es ist nicht die Idee, dass man jetzt irgendwie ein Buch liest und danach wirft man einen Molotow-Cocktail irgendwo rein. Sondern die Idee ist eigentlich eher, dass man vielleicht ein Buch liest und das macht was mit einem. Und das macht was mit einem, aber vielleicht auf eine längere Sicht. Man denkt nochmal über das Buch nach. Man erkennt sich selbst in dem Buch wieder. Man lernt vielleicht auch etwas. Man gewinnt ein konkreteres Verständnis über sich selbst, über die Welt. Und das kann man vielleicht auch als Läuterung umfassen, ohne dass man diese unmittelbare Wirkung braucht. Verstehe. Aber was wären jetzt die tugendhaften Fertigkeiten? Wie könnten die heute aussehen? Also Sozialistin werden? Oder das wird ja nicht ganz klar. Aber was er auch in diesem Zusammenhang sagt, und da verbindet er ja tatsächlich auf doch sehr gewagte Weise Brecht mit Rilke und sagt, im Grunde genommen ist Brecht ganz auf Seiten von Rilke mit der Losung, du musst dein Leben ändern. Und er verteidigt Brecht auf eine sehr interessante Weise. Er sagt, wie Brecht ja eigentlich bekannt ist, die klassische Dramengestaltung zu widerlegen, das Ganze neu aufzuziehen und damit eben auch den Katharsisbegriff von sich zu weisen. Und dann sagt aber Lukacs, gerade durch den Verfremdungseffekt bei Brecht sei so eine Art höhere Katharsis möglich. Fand ich ganz interessant. Aber ja, du musst dein Leben ändern. Ist der normative Anspruch bei Lukacs, gerade in diesem Katharsis-Kapitel, überzeugt das noch für heutige? Na ja, sagen wir erst mal Literatur, nicht generell Kunst. Ja, klar. Also muss es, wenn man die Kunst so ernst nimmt, dass man ihr jetzt immer noch Erkenntnischarakter zuweisen will, dann muss sie ja auch schon irgendwas können. Dann muss sie zu irgendeinem Bewusstsein führen. Und insofern bei Lukacs ja auch, er verwendet ja nicht nur Katharsis, das klingt natürlich immer gleich Aristoteles und wieder so bürgerlich und irgendwie so ein bisschen verschnarcht. Also sagen wir doch lieber mit Adorno, der Begriff kommt bei ihm auch vor, Erschütterung. Man wird sozusagen erschüttert, da kann man natürlich jetzt auch immer noch fragen, na gut, wo ist denn das Werk, das mich heute noch tief erschüttert, in diesem ernsthaften Sinne. Aber er spricht auch, das hat mich überrascht, muss ich sagen, er spricht ja selber auch von Ergriffenheit und Scham, dass man sich schämt, sozusagen vorher was nicht gewusst zu haben, wenn man jetzt dieses Buch gelesen hat. Und vielleicht ist man ein schrecklich grober Mensch und man wird tatsächlich durch diese Literatur sozusagen verfeinert und man schämt sich sozusagen, dass man das vorher nicht gesehen hat. Also das ist hoffentlich immer noch möglich. Also sonst müsste man es auch lassen. Sonst sind das ja nur dekorative Gegenstände, die wir produzieren oder Belletristik oder so. Das müsste schon irgendwie noch möglich sein. Aber das geht ja auch genau in die andere Richtung. Also ich kann mir auch ein Kunstwerk anschauen und sagen, das ist viel schöner als mein Leben. Warum? Und dann hat man eigentlich ein bisschen so einen utopischen Ausblick durch das Werk. Also dass man sich fragt irgendwie, also auch eben gerade, weil das Werk irgendwie Widerspiegelung der Wirklichkeit ist, dass man das mit der eigenen Wirklichkeit vergleicht und sagt, warum kann mein Leben nicht besser sein? Also das kann ein Kunstwerk ja auch machen. Denkst du an ein bestimmtes Beispiel? Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen erstaunt. Naja, zum Beispiel Renaissance-Malerei. Ja, gut. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine. Also das ist aber genau dieser Zug an Lukas, der wir jetzt, wir wollten jetzt über zeitgenössische Kunst sprechen und wir wollen uns nicht laben an der Renaissance-Malerei und denken, früher, weiß ich nicht, waren die Brüste üppiger oder sowas. Also das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein, weil das ist tatsächlich, also dieser Anspruch, das sehe ich bei dem Lukas eben auch, das hat ja Adorno nicht so. Adorno ist ja eher so, okay, dann im Zweifelsfall sozusagen lieber weg mit dem 19. Jahrhundert und mit der Tradition. Es ist sozusagen wichtiger, jetzt noch zu fühlen oder dieses Antizipative. Und da finde ich schon, dass das sozusagen bei Lukas wirklich auch einen dann doch relativ unangenehmen, rückgewendeten Zug hat, dass man eben ja irgendwie so verklärend in die Tradition blickt. Das ist eine sehr gute Frage. Ist es Verklärung oder hat er einfach für sich festgestellt, dass die großen Kunstwerke des Bürgertums im Grunde ja dementsprechend, was er als Maßgaben der Kunst formuliert hat, um dann für seine Gegenwartszeit, der ja nicht umsonst irgendwie auch attestiert hat, das ist seine Zeit des Niedergangs, das taucht ja auch immer wieder auf, dass er in dieser Zeit eben nicht so recht finden mag, was diesen Ansprüchen genügt. Dann kann man das einerseits als rückwärtsgewandt betrachten, das stimmt, aber eben sozusagen auf der Grundlage dieser von ihm formulierten Maßgaben. Und wir haben uns ja im Vorgespräch auch mal darüber unterhalten, gibt es denn eigentlich irgendjemanden, der Kunst geschaffen hat, also vor allen Dingen Literatur, Dramen und Epik, der diesen Ansprüchen genügen konnte? Und um ehrlich zu sein, ist uns da auch tatsächlich niemand eingefallen, wenngleich das in Parenthese so jemand wie der große bürgerliche Künstler Thomas Mann ja auch ein Zeitgenosse von Lukács war. Also dem hätte er das attestiert. Aber möglicherweise tatsächlich niemandem, der jetzt auch seiner politischen Gesinnung entsprochen hätte. Was aber, auch das einschränkend gesagt, ja nicht das entscheidende Kriterium für das Gelungensein von Kunst ist. Ja, also rückwärtsgewandt halt einerseits, aber andererseits eben auch diese strengen Maßgaben. Darüber können wir gerne noch sprechen. Ansonsten müsst ihr intervenieren. Ansonsten hast du nämlich auch schon Iris das Stichwort gegeben, wo er in diesem Katharsis-Text andeutet, Formen des Scheiterns, Formen des Verfalls. Die Belletristik nennt er den Kitsch. Und da nennt er das gar nicht so unbedingt eingängig, das rhetorisch-publizistische. Wie bestimmt er denn, warum das scheitert? Und wäre dann jetzt auch mit Blick auf die Gegenwart nicht nach den Maßstäben von Lukács zu konzertieren? Jetzt gibt es halt einfach nur noch das. Es gibt nur noch Belletristikitsch und das Rhetorische. Ja, wer möchte was sagen? Christine, vielleicht? Ja, also zu dem Rhetorischen könnte man halt sagen, dass das eigentlich eine Verfehlung ist, also dass diese Besonderheit halt nicht getroffen wird. Also zum Beispiel ein Beispiel ist halt irgendwie eigentlich die Montage, wo dann eigentlich, wo das Werk dann so sehr irgendwie ins Allgemeine läuft. Also als Beispiel irgendwie, ich nehme den essayistischen Text und montiere ihn in meinen Roman. Dann hätte man halt eigentlich diese Werkeinheit irgendwie verfehlt. Und das ist natürlich auch wieder erschreckend aktuell, könnte man sagen. Ja, also ich habe mir das tatsächlich notiert. Ich fand das ganz interessant, weil es gerade bei dem Beispiel Kitsch zum Beispiel, also Adorno ist natürlich auch gegen Kitsch, aber er verteidigt ihn natürlich gleichzeitig. Das ist etwas dialektischer. Da fand ich jetzt schon, dass Lukács das ziemlich abwatscht. Bei der Belletristik sagt er ja auch nur, das ist bloße Unterhaltung und hat einen flachen Gehalt. Also ich meine, Unterhaltung muss jetzt nicht alles falsch sein. Das ist mir eben auch bei dem, dass er den Thomas Mann so gut findet. Also Thomas Mann hat immerhin gesagt, Kunst sei, Zitat, höherer Jux. Und höherer Jux, das ist ernst, dass das höherer Jux ist. Das sind sozusagen, und da würde ich eben, daher kommt meine Lukács-Skepsis, dass ich denke, der findet die Kunst, das ist eine ernste Sache für ihn. Er findet es nicht so lustig und er akzeptiert dann in dem Sinne auch keine Formspielereien oder ab einem gewissen Abstraktionsgrad findet er das einfach alles überflüssig, weil uns das nicht an die wirkliche Welt heranführt. Bei der Montage wäre das natürlich so ein klassischer Fall, wo jetzt Adorno sagen würde, ja gut, aber guckt ihr doch die armen, zerrissenen, halben Menschen hier oder Viertel Menschen irgendwie an. Das ist ja sozusagen auch ein objektiver Zustand der Welt. Da kann man nichts mehr anderes machen als Montage. Insofern ist das auch die Welt in Gedanken gefasst, wenn man so will. Ja, vielleicht zu weit. Ja, du wolltest widersprechen. Genau, ich muss unbedingt widersprechen. Also, dass irgendwie Kunst nicht unterhalten soll für Lukács, das stimmt natürlich nicht. Also Kunst muss einen Gehalt haben, der für die Menschheit irgendwie wichtig ist. Aber das heißt nicht, dass das nicht unterhalten darf. Also Kunst muss sogar auch unterhalten, weil sie sonst nicht wirksam werden kann. Und er lobt dann zum Beispiel auch, das fand ich sehr interessant, es gibt eine Stelle in der Eigenart, wo er Kafka mit Charlie Chaplin vergleicht. Und er sagt, Charlie Chaplin ist der bessere Kafka. Weil Kafka zeigt uns keinen Ausweg aus der Situation, aber mit Charlie Chaplin können wir darüber lachen. Und dadurch erhebt sich der Mensch im Ästhetischen über seine schreckliche Wirklichkeit. Und das fand ich ganz gut. Also deswegen, ich glaube nicht, dass man Lukács das so unterschieben kann. Ja, bliebe ja auch die Frage, also klar hat er diese Stränge formuliert, aber lässt er denn tatsächlich nur bestimmte Formen zu? Das muss ja nicht sein. Also ich meine, als historischer Materialist, der er war, betont er ja auch stets, dass unter veränderten Bedingungen der gesellschaftlichen Verkehrsformen natürlich auch andere Kunstformen erwachsen. Also der bleibt mir natürlich reichlich allgemein, aber scheint mir doch auch den Horizont zu bieten, neue Kunstformen zu entwickeln. Was aber offenbar ganz lebensgeschichtlich in einem Widerspruch mit dem Umstand steht, dass diese neuen Kunstformen seinerzeit, die aufkam, nicht quotieren konnte. Aber prinzipielle Offenheit würde ich ihm dennoch attestieren, also zumindest aus seinen Ausführungen. Ja, es kommt darauf an, also diese neuen Kunstformen dürfen halt die Werkeinheit nicht gefährden. Deswegen ist vielleicht die Montage eigentlich für ihn immer in einer gewissen Art und Weise problematisch. Aber sonst, also er hebt ja auch Thomas Mann hervor und Thomas Mann ist auch irgendwie, was die künstlerischen Mittel, die er anwendet, nicht unmodern. Also ja, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, eigentlich diese Kritik an Lukacs an der Stelle. Du? Ich hatte jetzt im Verweis auf unser Vorgespräch jetzt tatsächlich an eher so fremdere Sachen wie jetzt Suprematismus oder, das hatten wir noch, Lissitzki hatte ich als Beispiel genannt, glaube ich, dass er das vielleicht ganz ignoriert oder sich einfach nicht dafür interessiert. Das war vielleicht auch fair enough, aber... Nee, also das hängt halt damit zusammen, dass diese Kunst eigentlich nicht diesen Gegenstandsbereich hat, den das Ästhetische für Lukacs halt haben sollte. Ja, aber das genau meine ich ja. Der ist dann sozusagen... Aber daraus hatten wir uns schon geeinigt, dass es dann darauf begrenzt ist. Okay, damit kommen wir sozusagen um den Konflikt ein bisschen herum, glaube ich. Gut, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir können, das war auch eine der Überlegungen, eine Art Hinführung. Ja, bitte. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an Christine, weil die sich so gut auskennt. Also der Dietmar Dart hat ja gestern gesagt, man soll sozusagen die ganzen Diskussionen nachlesen. Nicht nur den Lukacs-Teil, sondern mit wem er sonst so. Da habe ich also brav meinen Adorno nachgelesen. Da ist mir überhaupt erst aufgefallen, ich habe mich schon immer gewundert, warum der Lukacs den Adorno so wahnsinnig wurmt. Das liegt wohl tatsächlich daran, dass er ja, also der Adorno über Lukacs überhaupt erst eigentlich zum Marxisten geworden ist. Noch vermittelt ein bisschen Horkheimer. Und dass die beiden sozusagen eine ähnliche Konstellation haben, dass sie eigentlich gerne beide Künstler geworden sind. Zumindest habe ich das in dem gelebten Denken so gelesen, weil das Lukacs auch gerne vielleicht anfangs Schriftsteller geworden wäre. Und Adornos Hauptkritik in diesem langen Aufsatz, also da hinten wird dann immer mehr gemeckert, aber der zentrale Punkt, der sozusagen Kränkung oder Enttäuschung kommt am Anfang, dass er sagt, Lukacs schreibt nicht mehr so schön wie am Anfang. Also er ist enttäuscht von Lukacs als Autor. Und er dreht eigentlich auch dieses, wie Dart gestern den Lukacs dargestellt hat, dreht er eigentlich direkt um, dass er sagt, also er empfindet dieses, seine Meinung ändern oder Sachen revidieren als eine Beliebigkeit und nicht als Treue zur eigenen Position. Und ich kann das jetzt sozusagen für die, ich kann das gar nicht beurteilen, deswegen hätte ich tatsächlich als Nachfrage an Christine, ob das wirklich, also wie sich als Schriftsteller sozusagen, wie sich die Gestalt dieser Sprache ändert, ob das überhaupt stimmt, was der Adorno ihm da sozusagen vorwirft, ob das so merklich ist. Also die Gestalt der Sprache bei Lukacs ändert sich, aber man muss natürlich auch, also Sprache in philosophischen Texten ist kein Selbstzweck, sondern Sprache muss eigentlich immer erst mal etwas zeigen und etwas darstellen und die Sprache muss irgendwie diesem Gegenstand anziehen. Deswegen ist natürlich für ein Essay irgendwie eine witzigere Sprache auch irgendwie angemessener für einen Diskussionsbeitrag und gerade irgendwie die Essays aus den 30ern in der Expressionismusdebatte oder auch größeren Verfall des Expressionismus, das ist unglaublich lustig, also auch wie Lukacs da irgendwie die Expressionisten immer einleitet, also da kann man wirklich herzlich lachen, dass das aber vielleicht nicht eine Sprache ist, die angemessen ist irgendwie für irgendwie wie ein großes ästhetisches Werk mit 2000 Seiten, mit einem systematischen Anspruch ist auch klar. Und da bemüht er sich dann mehr um Klarheit und ist dann vielleicht weniger witzig als früher. Aber ich finde, das ist eigentlich gerechtfertigt durch die jeweilige Form, die er wählt. Gut, er würde ja Adorno genau umgekehrt sagen, das ist eben gerade nicht angemessen. Er müsste dann schon von Einzelfällen sozusagen ausgehen und davon sozusagen aufsteigen und nicht von oben herab deduzieren. Also weil tatsächlich ist das, man kann natürlich jetzt gegen Adornos Ästhetik sagen, okay, die ist aber nun auch wirklich arg verschwurbelt und verkünstelt und deswegen kommt sozusagen das Marxistische an der auch nie raus. Alle können das überlesen. Bei Lukacs ist das irgendwie eindeutiger und klarer, aber gerade dieser sozusagen, dieser wissenschaftlichere oder stark hegelianisierende Ton, da würde Adorno ja sagen, das ist ja sozusagen als Allgemeinbestimmung gerade sozusagen den einzelnen Kunstwerken, die man dann als solche beurteilen müsste, was ja Lukacs eigentlich auch dann allgemein so sagt, eben nicht angemessen. Aber ist das, wir reden ja hier über ein allgemeines Werk, die Eigenart des Ästhetischen, und da ist ja wahrscheinlich die Begrifflichkeit per se eine andere, der Duktus, der Stil, als jetzt, sagen wir mal, in seinen literaturhistorischen Aufsätzen, also wenn er Büchner behandelt oder Heine oder Mann. Also die scheinen mir auch, soweit ich sie noch in Erinnerung habe, auch wesentlich zugänglicher zu sein. Aber das liegt dann, glaube ich, auch in der Natur, in der Beschaffenheit des Gegenstands, dessen er sich da gerade annimmt. Aber dennoch ist das schon richtig. Das ist ja beinahe schon skrupulös geschrieben, was Lukacs da macht. Also skrupulös in dem Sinne, dass er sich nie ganz zu sicher ist, sondern immer wieder einschränkt, zurückkehrt, darauf hindeutet, dass das hier alles nur angedeutet wird und dergleichen mehr. Und das macht die Lektüre beschwerlich mitunter. Sie ist nicht beschwingt, das ist richtig. Während Adorno vielleicht tatsächlich stärker auf die Pointe aus ist. Aber ob man ihm das zum Vorwurf machen kann, weiß ich wiederum nicht. Also zu bemessen und zu beurteilen, wäre er ja tatsächlich an dem, was er sagt. Und da haben wir ja schon andeutungsweise festgestellt, gibt es das ein oder andere Problem. Bis hin zu seiner grundlegenden Annahme von Widerspiegelungsformen, von Erkennbarkeit und so weiter. Ja, bitte. Ja, ich würde dir da recht geben, aber auch gegen diesen Vorwurf verteidigt Lukas sich ja eigentlich schon präventiv auch, dass er eben sagt, irgendwie Kunstkritik oder auch Ästhetik ist eben nicht Kunst und dementsprechend verdient sie auch irgendwie eine andere Sprache. Vielleicht noch so viel. Ich würde dir da recht geben, ich würde da recht geben, ich würde da recht geben. Ja, ich würde da recht geben. Untertitelung des ZDF, 2020